Moin und herzlich willkommen zu heutigem Video von Valheim. Was geht ab? Ja, was macht man heute, schönes Du? Sag mal, ach, wir wollten bauen, gell? Wir wollten unser Dorf jetzt bauen. Den Bauernhof besiedeln, ja. Ja. Also darf ich wieder Holzfarben gehen? So. Also hier das linke Portal ist mit Home, ist es dann, ne? Okay, ja. Glaube ich. Sehe ich gleich. Äh, ja. Ach so, hier steht ja noch das Monstrum. Äh. Ich würde das Tipi hier abreißen. Ich würde das ganz gerne anders machen. Es war irgendwie nicht so... Ja. Es sollte vielleicht anders aussehen, um dazu zu passen. Ja. Aber ich finde es cool, was man anders machen kann. Das stimmt. Ich weiß nicht, wie viele Leute haben schon einen Tipi. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. ist ja auch was neues was ist was hier ist ein kopf vorkommen wo ich stehe was hier markiert ich habe gerade habe ich schon markiert hier wachsen ja hinbeeren ich würde ja so gern anbauen waren wir hier in dem dungeon schon ich habe hier eine höhle markiert ja das passt also in a2 oder nee da ist nur eine so wie ich das sehe ich habe eine zweite gefunden was denn in der höhle bei dir da oben oder was genau da wo ich jetzt gerade bin ok was der markiert so So. Der Jute-Holz. Der Jute-Holz. Der Jute-Holz. Der Jute-Holz einmal weg. Das hält ja erstaunlich lang. Was soll's? Ähm, ich hab die Balken weggemacht. Und jetzt hängt hier so ein Konstrukt in der Luft, was so langsam kaputt geht. Mhm. Und das dauert echt lange. Also, echt, also. Ganz echt. Ich bin da. Sehr schön. Der soll mir ein bisschen Bäume fällen. Mann. Ach so, soll ich ihn gar nicht killen? Ja, der soll, der soll so laufen, dass, äh, vielleicht mal ein paar Bäume fällt. Was kannst du denn überhaupt? Ah ja. Vorsicht, die Bäume können auch echt wehtun, ne? Ja. Nice. Das waren genau die richtigen. Das sind die nämlich, die, äh, Kernholz geben. Ach so. Nice. Nice. Aber jetzt hat er nämlich einmal gehittet, du. Höller. 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 Denk fort, mhm. Hat keinen Bock mehr auf uns. Ne, ich bin hier runtergelaufen. Au. Oh, hey. Ah, ne, doch nicht. Ich dachte, ne Höhle. Na komm, das reicht erstmal. Ja. Ja. Ich könnte noch weitermachen. Hm. Mhm. Ja. 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 Hier ist die Höhle, by the way. Ah, okay. Ja, nice. Tschüss. So. Ah, die meinst du. Genau. Uh. Ich hab halt keinen Platz im Moment in der Tasche. Ich, äh, ja. Ne. Okay. Okay. Wir haben ihn ausgenutzt. Ja. Das fühlt mich schmutzig. Hm. Lol. Lol. Sahel. Sahel, das hält ewig. Oh. Hä, wo kommt das ganze Holz her? Ach so, vorne im Abreißen, gell? Jo. In der tat, ja. In der tat. So. Okay. wir waren letzte folge erkunden ich glaube ich habe heute ganze videos geschnitten nichts anderes gesehen außer bäume fällen irgendwelche ausflüge ausflüge und ja ich habe die folgen geschnitten wo wir im sumpf waren ok klingt aber gut oder ja hey holzhacken 31 kann sein dass ich einmal erst mit dem platt machen werkzeug durch muss würde wahrscheinlich sinn machen jetzt mal kurz meine hake holen so die frage wo habe ich sie in der kiste ja wahrscheinlich die frage ist welche kiste so ich fütter nochmal schnell die öfen so ich habe was für dich wenn du wieder da bist ich habe was für dich wenn du wieder da bist oder soll ich gerade mal warte ich komme einmal rüber weil ich muss ja mein zeug immer durch reparieren ganz viele tolle sachen so meine hake ist die gar nicht hier drüben kann auch sein dass die äh wahrscheinlich warte 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 karotten oha danke ja oder jetzt wieder naja du machst ja das ganze mit und so ok krass ok krass danke mich mal interessieren hackfleischsoße ich glaube es nicht mmmm karottensuppe hirscheintopf oh mein gott 45 gesundheit ja ist nicht mal teuer aber es gekocht ist gell hirschfleisch kein rohes ja aber überleg mal die hackfleischsoße ist ja schon heftig boah einfach nur ein rohes da braucht man auch wildschwein rohes wildschwein und ein nixenschwanz und eine kraute ist ja im endeffekt auch nichts wobei da hirscheintopf mehr bringen ja 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 das muss alles viel größer werden ich hab auch was gemacht bin sehr stolz auf dich was ist denn diese ah da muss nur muss mich noch beschweren komm wir gehen einmal pennen wenn wir eh jetzt hier oben schon sind ja ich sehe nichts oh Moment ach also holz einstecken äh ja tatsächlich du musstest einmal hochgehen und die die fenster äh die fenster anmachen ok ich möchte das nicht so es ist halt so dunkel hier ok ok ich bin ein bisschen in der Spur du so gehts hoch und ich geh runter ne ich geh hoch aber ich will runter so auch meine kiefern sind gewachsen hier draußen alle jetzt oha na dann gutes fällen hm ja ach so äh ich kann ja den ach so du hast den wagen in beschlagnahmung aber ich kann auch leer machen hier bitteschön danke ja pff du kein problem ich schade ach klar ja es geht auch kannst du die tür hinter mir zu machen bist du gut ups aber natürlich vielen dank ist doch gar kein problem ist doch gar kein problem das ist aber die letzte ladung er hat es tatsächlich ok ja ist okay mit deiner Stimme? ja irgendwie haut die dauernd ab irgendwie möchte die heute nicht so aber das ist ok ja ich denk auch ja hier ist noch ein Kiefernzapfen ok wo 52 äh Tannenzapfen wo 51 Karotten sein jaja ich weiß krass dass wir einen Stuff haben gell Wahnsinn ja so jetzt haben wir noch kurz Futter rein und dann gehts wieder rüber ich wollte nur meine Hake holen mhm ich hab meine Hake dann geholt sehr gut ja ich glaube auch ich glaube auch das ist das ist so das ist sieht doch schon viel besser aus ohne Unkraut so ok 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 und du kümmerst dich jetzt um deine Kiefern oder? ja gerade ja ah schön das freut mich doch sehr das freut mich doch sehr ups klingt immer gut ah mhm toll also es ist ganz schlimm dieses Tool mit dem Boden ebenen ja also ganz schlimm also mhm okay mhm k mhm 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 k mhm Die Börke. Die Börke. Nein. Klingt gut. Die Börke. Die Börke. Und nach der Börke? Werde ich das Holz dann zu dir rüberschippern? Oh. Also schippern im Sinne von teleportieren. Ach so, also fährst du nicht schiff. Nee. Nee, 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 nee. So schlimm ist es gar nicht, du. Ja, aber den Weg nicht. Obwohl es ist ja eigentlich nur hier rüber. Eben, so weit ist es eigentlich gar nicht. Ja, das müssen wir dann mit den ganzen Erzen machen. Obwohl die Erze bleiben ja hier, ne? Richtig. Clever, gell? So. Okay. Wir haben ein Fundament. Ach. Das Erste. Mal gucken, wie es weitergeht. Okay. 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 Ja, das stimmt wohl. Ich werde auch tatsächlich die Werkbank versetzen müssen, weil ich sonst gar nicht so breit bauen kann. Sehr witzig. Moment, das war ja noch schnell. Einmal du weg. Dann machen wir dich einmal hier hin. So. Ach so, du sagst gerade Bescheid, ne? Ich warte auf dich. Ah ja. Wie soll man dann? Ich bin nur am Holzhaken, du. Ach so, warte, ich komme gleich mal rüber. Ok, ok. Aufs Bänkchen. Ich habe doch gesagt, das Fundament ist gesetzt, gell? Mhm. Doch, nicht so. War noch zu klein. Ok. Ja, tatsächlich würde ich hier den Platz schon gern ausnutzen wollen. Nicht, dass es am Ende wieder irgendwo fehlt, weißt du? Das wäre blöd. Ja. Das wäre halt Stein praktisch. Aber naja. Vielleicht ist es auch gar nicht so cool mit Steinen zu bauen, weißt du? Das glaube ich nicht. Ach so. Glaubst du nicht? Ja, ich glaube es ist cool mit Steinen zu bauen. Kommst du jetzt eigentlich irgendwann? Ich sitze schon seit 5 Minuten. Du scheinst kein Zeitgefühl zu haben, ne? Drei. Ich bin auf dem Weeeeeeg. Bin ich wirklich? Hab hier rotes Auge Lade, bitte schön. So. So. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen wieder. Ciao. 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 Ciao.